Die Botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Die fantastischen Geschichten von drei dieser Objekte habt ihr jetzt gehört. Aber eine davon war erfunden. Wollt ihr wissen, welche? Hallo zusammen, willkommen zurück im Konservierungslabor von Archäologie und Museum Basel-Land. Ich möchte jetzt meine drei Geschichten, die ich euch erzählt habe, auflösen und euch erzählen, welche Geschichte das wahr war und welche ich erfunden habe. Vielleicht gerade die erste Geschichte, die betrügerische Pflanze, die so tut, als wäre sie Hummelweibli. Die Orchidee, das ist eine sogenannte Hummelragwurz. Die gibt es tatsächlich, also die Geschichte hat gestimmt. Und zwar gibt es die heute noch an Magerwesenstandorten in Baselbiet. Allerdings eben nicht mehr dort, wo die ursprünglich gefunden wurde, nämlich in Gelderkindern dort, wo sie gefunden wurde, ist tatsächlich heute ein Wald. Wir sehen das so, wie Herr Barbelege dabei helfen kann, zu sehen, was früher hier gewachsen ist und wie früher eigentlich unsere Ökosysteme anders gewesen sind als heute. Die zweite Geschichte ist der fleischfressende Schmetterling, den ich euch in der Ausstellung gezeigt habe. Dabei handelt es sich um einen schwarz gepflegten Ameisenbläuling, auch als Thymianbläuling bekannt. Und so absurde Geschichte klingt, die ist tatsächlich eben auch wahr. Also diesen Schmetterling gibt es tatsächlich. Es gibt auch noch ganz viele andere Ameisenbläulinge, die so ein bisschen ähnliche Geschichten haben. Die Geschichte, die ich tatsächlich erfunden habe, ist die von diesem angeblichen eisteitlichen Wulnashorn. Das hat man nämlich hier nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich ein Fund hier aus dem Baselbiet, der aber wesentlich älter ist als 20'000 Jahre. Und zwar ist das Belemnid oder auch Donnerkeil genannt, den fossilen Rest eines Tintenfisch aus der Jura-Zeit. Der ist gefunden worden in Sissach, in einer Schicht, die etwa 168 Millionen Jahre alt ist. Damals war nämlich das Baselbiet ein flaches, warmes Meer, das Jura-Meer. Und dort lebten natürlich viele Ammoniten dort, die man eigentlich so kennt als Fossilien, aber eben auch die Belemniden, die den Fischen. Das wunderschöne Stück hier ist ein Teil unserer Sammlung von Patrick Gasser. Das sind über 200 wunderschöne haltende Fossilien, alle aus Sissach, aus dieser Schicht. Und diese haben wir eigentlich geschenkt bekommen vor zwei Jahren, vor der Naturforschungsgesellschaft Basel-Land. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese tollen Stücke bei uns in der Sammlung haben dürfen. Das Besondere an dem ist eben auch, wenn man hier hinten schaut, die meisten Donnerkeile hören hier eigentlich auf. Das ist eigentlich hier wirklich ein solider Steinkern. Das war damals natürlich ein Kalk-Inneskelett von diesem Tier und ist dann eben versteinert. Was normalerweise fehlt, ist der Teil hier, das sogenannte Phragma-Korn. Das ist jetzt hier erhalten und das ist vor allem bei so einem grossen Belemnid wirklich selten. Und darum eben auch wertvoll. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das Tier ausgesehen hat. Man kann sich das manchmal etwas schlecht vorstellen. Es war also wirklich ein Inneskelett. Anders als das Aussenskelett, das Häuschen von den Harmoniten. Also man muss sich das so vorstellen, dass das bei diesem Tintenfisch wirklich hier drin drin war, im Körper vielleicht jetzt hier, mit diesem Teil hier etwa bis in die Hälfte. Das war also sicher mindestens doppelt so lang als das, was wir hier sehen. Ich würde schätzen, wenn man das mit heutigen Tintenfisch vergleicht, ungefähr wie ein Humboldt-Kalmar. Also einer der grössten Kalmarer, die es gibt. Ja, der konnte schnell schwimmen, oder nicht wie so ein Armonit, der gemütlich gedümpelt ist. Sondern der war eben sehr schnell wahrscheinlich auch mit diesen Flossen, die er hat. Und hat eben hier das Inneskelett gehabt, das man eigentlich heute noch findet. Wie der ausgesehen hat, das weiss man. Man hat zum Teil Fossilien mit Weichteilerhaltung gefunden, was sehr, sehr selten ist. Aber deswegen weiss man eigentlich, wenn man den Umriss von diesem Tier sieht, wie der dann tatsächlich ausgesehen hat. Und wo dann das Inneskelett tatsächlich im Körper dieses Tier hingehört. Ihr seht also, unsere Sammlungen haben ganz viele tolle Geschichten zu bieten. Sie sind ganz wertvoll, um zu schauen, wie hat es früher hier ausgesehen, was hat früher hier gelebt, was haben wir für Lebensräume gehabt. Und ich danke euch vielmals für's Mitmachen bei diesem Rätsel und wünsche euch ganz viel Spass im Museum Basel-Land. Danke für's Miträtseln! Weitere unglaubliche Geschichten aus unseren naturhistorischen Sammlungen gibt's zu entdecken auf fantasticstories.ch Miträtseln! senh, Untertitelung des ZDF, 2020